Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen React.js Tutorial. Heute, naja, letztes Mal, ich fange ganz kurz beim letzten Mal an, und zwar letztes Mal hatten wir ja gesehen, dieses Logo aktualisiert sich. Und das ist eigentlich so ein bisschen das A und O von modernen Webseiten, die können sich aktualisieren. Ist ziemlich geil, sieht auch cool aus, ist allerdings nur CSS und damit ziemlich langweilig. Denn wenn ich jetzt Werte habe, die sich quasi die ganze Zeit aktualisieren, dann kann ich das mit CSS einfach nicht darstellen. Ich brauche dazu JavaScript. Denken wir einfach mal nur an eine Uhr. Und das ist genau das, was wir heute implementieren wollen. Wir wollen eine Uhr schreiben, die sich selbst aktualisiert. Das hört sich einfacher an, als es ist, aber wir wollen das natürlich auch in dem React-Standard halten und relativ passend eigentlich auch an React dran schrauben, sozusagen. Das können wir nicht mit CSS alleine machen, denn wir müssen erstmal JavaScript fragen, wie viel Uhr eigentlich gerade ist. Das weiß CSS nicht für uns. Okay, eine noch bessere Art und Weise oder ein noch besseres Beispiel finden wir wieder mal bei GetInIT. Hier könnt ihr unter Unternehmen entdecken, alle Unternehmen, könnt ihr einfach alle Unternehmen finden, die gerade nach Jobs suchen oder nach neuen Leuten suchen. Wir haben hier mehrere, okay, die haben jetzt zum Beispiel schon 17 Jobs drin. Die haben 7 Jobs drin, 15 und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch da bewerbt, dann bewerben sich natürlich die Unternehmen bei euch. Aber es ist auch irgendwie interessant zu sehen, wer sich da bei einem bewerben könnte. Und deswegen gibt es hier eben dieses Unternehmen entdecken, vielleicht dazu müsst ihr euch noch nicht mal anmelden, könnt ihr einfach so mal reingucken. Und hier sind jetzt gerade 1466 Unternehmen. Jedes Unternehmen kann dann mehrere Jobs haben und so weiter, aber nur mal so zum Festhalten, das sind ziemlich viele. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, ihr habt diese Seite offen, ihr holt euch einen Kaffee. Okay, und jetzt kommt von GetInIT, also die gehen ja quasi jeden Bewerber, also jedes Unternehmen, gehen die ja wirklich händisch durch und überprüfen, ob das Unternehmen wirklich ein gültiges Unternehmen ist und wirklich Jobs offen hat. Machen die ja alles von Hand quasi. Und wenn die jetzt sagen, hey, in der Zeit, wo ihr euch euren Kaffee holt, hey, wir suchen jetzt neue Leute und wir haben diese Firma hier, passt perfekt, die dürfen jetzt hier auf unserer Plattform Leute suchen. Dann müsst ihr hier theoretisch 1467 Unternehmen stehen, ohne, am besten zumindest, ohne, dass ihr die Seite aktualisiert. Das heißt, es lädt quasi diesen neuen Anbieter oder das neue Unternehmen einfach nach. Und das ist Dynamik, die wirklich cool ist. Oder zum Beispiel, wenn ein Job weg ist, dann steht hier nicht mehr sieben, sondern nur noch sechs. Solche Sachen sind halt cool und die passieren meistens im Hintergrund. Die kriegt man vielleicht mit, aber sie erweitern das Nutzererlebnis so krass und das ist halt einfach genau das, was man braucht. So, und deswegen brauchen wir Komponenten, die sich selbst aktualisieren können. Normale Komponenten haben wir schon kennengelernt, ist relativ langweilig, ich will euch damit nicht langweilen. Aber wir wollen jetzt eine Uhr schreiben, die ist im Endeffekt genau das. Eine einfache Version von einer Komponenten, die sich selbst aktualisiert. So, und deswegen gehen wir jetzt mal hier ganz kurz in den Code zurück. Und ich mache jetzt das hier mal weg. Das ist das Rendering von der App an sich. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Wir sehen, wir sehen, ja, dass jetzt hier Hello Sarah Simpson steht. Und genau, das ist alles, was wir hier haben wollen. Das ist im Endeffekt dieses Element hier. Und genau, jetzt wollen wir hier tatsächlich einfach ein eigenes Element schreiben. So, wir wollen das allerdings nicht, wie wir es letztes Mal schon kennengelernt haben, hier einfach nur als Funktion haben mit Props drin, sondern wir wollen das als Klasse schreiben. Denn wir brauchen einen Zustand, der aktualisiert werden kann, okay. Das heißt, wir starten hier durch und schreiben uns eine Uhr, ja. Und dieser Name von der Klasse ist auch der Name, der nachher hier unten steht. Das heißt, wenn wir eine Uhr haben wollen, dann müssen wir hier unten auch tatsächlich schreiben Clock. Und diese Clock ist dann genau diese Clock, die wir hier mit der Klasse bezeichnet haben. Und das ist eben das Coole hier dran. Wir haben quasi direkt unseren eigenen HTML Tag erschaffen, ja. Allerdings müssen wir dazu noch das Ganze zu einer React Komponenten machen. Das machen wir, indem wir von React Komponenten erben. Also extends React.component, ja. Relativ simpel. Das ist eine Klasse, also nehmt die geschweiften Klammern. Und jetzt können wir hier eigentlich schon direkt hergehen und weiterschreiben. So, und zunächst einmal, jede Komponente muss gerendert werden können, okay. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, hier unter der React App, hier steht immer noch Hello Sarah Simpson. Und ja, das bleibt doch erstmal so. Okay, weil ich nicht aktualisiert oder weil ich nicht gespeichert habe. Aber jetzt sehen wir hier, das Ganze ist ein Problem. Wir können nicht rendern, weil wir die Render-Funktion nicht haben. Also Render gibt es aktuell in unserer Uhr noch nicht. Und jede Komponente muss gerendert werden können. Das heißt, wir brauchen diese Re-Ender-Funktion. Render-Funktion, es tut mir leid. Manchmal habe ich auch einen kleinen Sprachfehler. So, und in dieser Render-Funktion, da müssen wir einfach reinschreiben, was da sozusagen angezeigt werden soll. Okay, also machen wir hier einen Return und eine Klammer auf. Und hinten dran machen wir schon mal das Semikolon. Damit wir es nachher nicht vergessen, denn das wird relativ, was heißt relativ viel, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen was. Und dann bin ich zumindest einer, ich vergesse das dann ganz gerne mal. So, und wir packen das in ein Diff. Und dann sagen wir hier, wir machen das als Überschrift. Und hier machen wir dann aktuelle Uhrzeit, weil wir ja eine Uhr schreiben wollen. Aktuelle Uhrzeit, Doppelpunkt. So, und jetzt, Uhrzeiten gibt man ja normalerweise über New Date aus. Also einfach so New Date. Gucken wir mal, was das so kann. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Und wir sehen, ja, New Date. Nee, einfach nein. Ja, okay. Also was haben wir als erstes vergessen? Nun, das Ganze sollte JavaScript sein und nicht als HTML interpretiert werden. Also normaler Text. Ja, das heißt, wir machen hier als erstes mal unsere geschweiften Klammern drumherum. So, jetzt ist das wenigstens mal JavaScript. Jetzt haben wir hier allerdings wieder mal einen Fehler. Denn eine Uhrzeit kann nicht ausgegeben werden. Doof gelaufen. Also gehen wir hier wieder her und sagen, okay, wir wollen jetzt hier ein ToLocalTimestring haben. Das ist eine Funktion, müssen wir aufrufen. Und dann haben wir folgendes Szenario. So, jetzt ist 11.48 Uhr und 18 Sekunden. Aber die aktualisiert sich ja gar nicht. Warum nicht? Tja, das Problem ist, dass das genau einmal ausgeführt wird, um Rechenzeit zu sparen und danach einfach genau so übernommen wird, wie es da ist. Und zwar dauerhaft. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie intern einen Intervall setzen, am besten innerhalb von der Klasse, dass dann das die ganze Zeit aktualisiert. Und deswegen gehen wir jetzt hierher und sagen, okay, wir müssen offensichtlich einen Zustand speichern. Und auch dafür hat React schon einiges für euch vorgefertigt. Und zwar direkt in der Komponenten gibt es eigentlich alles, was wir brauchen. Also wir sagen hier Constructor. Und dann haben wir hier Props. Und diese Props, die interessieren uns. Also ihr könnt natürlich eurer Uhr noch irgendwelche weiteren Sachen verpassen, wie Name oder sowas. Das steht dann wie bei der Funktion auch in den Props drin. Props.name wäre das dann. Aber in unserem Fall nicht relevant. Für eine Uhr brauchen wir das nicht. Aber die Props müssen trotzdem im Konstruktor mit übergeben werden. Was man immer mit den Props machen muss, ist sie dem Super, also der Superklasse geben. Also sprich React.Component brauchen wir allerdings sonst nicht verarbeiten. Das heißt, wir geben die einfach nur weiter und dann war es das. So und das, was jetzt aber wirklich wichtig ist, ist wir brauchen einen Zustand. This.State. So und das ist eine Property, die wir auch bei React.Component haben. Ihr könntet das natürlich überall verwenden. Also mit jedem beliebigen Namen verwenden. Aber React hat dann noch einige Sachen drum herum gebaut über diesen Zustand, der da auch wirklich sinnvoll oder die auch wirklich sinnvoll sind. Die werde ich euch gleich zum Teil noch zeigen. Und dieser Zustand ist nur eine Variable. Jetzt haben wir natürlich das Problem, vielleicht wollen wir noch mehr speichern als nur das Datum in diesem Zustand. Im Zustand kommt alles rein, was irgendwie aktualisiert werden könnte oder was sich verändern könnte. Und deswegen packt man das normalerweise in so eine Art JavaScript-Objekt rein. Ihr kennt diese Dinger. Die sind einfach nur geschweifte Klammer. Im Endeffekt wie ein Dictionary ohne Keys. Und hier, eigentlich sogar mit Keys. Und hier vorne schreibt man dann den Namen der Variablen, die man gerne haben möchte. Und dann sagt man hier, ich hätte ganz gerne ein New Date davon. So, das heißt, Date ist unser Key und New Date, also quasi das aktuelle Datum, ist sozusagen die Variable hinten dran. Und wenn ihr jetzt noch mehr habt, könnt ihr einfach hier ein Komma hinten dran machen und dann hier noch mehr reinpacken. So, brauchen wir aber nicht. Für uns reicht das Datum. Und das soll jetzt bitte aktualisiert werden. Nun, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Intervall schreiben. Das heißt, ein Intervall, das sich regelmäßig updatet. Ihr kennt das aus meiner normalen JavaScript-Reihe, glaube ich sogar schon. Und zwar, es gibt einige Funktionen von React, die gestartet werden. Und zwar, Component, heißen die eigentlich alle. Component did catch, Component did mount, Component did update. Also das heißt, wenn sie geladen wurde, ist mount. Update, wenn sie updatet wurde, also wenn sich der Zustand verändert hat, dann eben, das sind quasi Callback-Funktionen. Also die werden ausgeführt, nachdem das gemacht wurde. Also nachdem es gemountet wurde, nachdem es geupdatet wurde. Und dann haben wir noch die Methoden, die quasi vorne drankommen. Das heißt, will mount wird ausgeführt, bevor es quasi geladen hat, bevor es die Props bekommen hat, bevor es unmounted wird, also bevor es eben nicht mehr dargestellt wird, bevor es geupdatet wird. Und wir wollen jetzt natürlich eine Funktion haben, die gestartet wird, nachdem es fertig ist mit mounten. Und zwar wollen wir hier drin das Intervall setzen. Das heißt, wir sagen hier, this.ticker ist gleich, so und jetzt sagen wir hier, Intervall, bitte mach mal was für, ups, sorry, bitte mach mal was für uns. Und zwar, wir wollen ein Intervall, das eine Funktion ausführt. Deswegen brauchen wir hier eine kleine Lambda-Funktion. Ist nicht schlimm, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. This.tick. So. Und die soll bitte jede Sekunde ausgeführt werden. Ähm, das Problem, also hier, das Ganze sind jetzt, ist eine Sekunde, 1000 heißt eine Sekunde. Das Problem ist jetzt, wenn wir das jede Millisekunde ausführen, dann haben wir hier sehr, sehr viel Rechenpower, einfach nur in das Updaten von der Uhr. Die braucht das aber nicht, weil sie sich nur eine, jede Sekunde einmal verändert, okay. Das heißt, wir brauchen nicht mehr als einmal in der Sekunde. Je höher diese Zahl ist, desto weniger Leistung verbraucht dieser Ticker. Je niedriger die Zahl ist, desto mehr Leistung verbraucht der Ticker. Ist aber natürlich genauer, okay. Ähm, und in dem Fall reicht mir hier definitiv eine Sekunde. Und, ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier für diesen, für diesen Ticker brauchen. So, jetzt müssen wir natürlich den Ticker schreiben, weil diese Funktion Tick, die gibt's noch gar nicht. Also, was machen wir? Tick. So. Ähm, Tick macht folgendes, und die sagt einfach nur, this.setState. Man sollte den Zustand niemals ohne SetState bearbeiten. Das liegt daran, dass hier eben, wie gesagt, diese Update-Methoden, also ComponentDidUpdate, ComponentWillUpdate, diese Methoden werden beim SetState verarbeitet, okay. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir verarbeiten, oder wir verändern den Zustand, und zwar nicht direkt. Also, wir machen das nur über diesen Setter, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das so tun. So, aber jetzt müssen wir natürlich sagen, wie soll der neue Zustand aussehen? Das ist deswegen diese geschweiften Klammern. Und jetzt müssen wir hier quasi diese neue Zustandsvariable angeben. Ihr könnt natürlich auch irgendwelche Berechnungen machen. Wir wollen jetzt hier einfach nur ein neues Datum erstellen, also NewDate. Und das war's auch schon. So, und das ist jetzt unser kompletter neuer Zustand. Okay. So, jetzt haben wir einen Ticker, jetzt haben wir einen Intervall, jetzt müssen wir nur noch irgendwie auf unseren Zustand zugreifen. Das heißt, wir sagen hier unten nicht mehr NewDate, sondern wir sagen jetzt, hey, wir wollen unseren internen Zustand nehmen, und zwar this.state. Von diesem Zustand wollen wir die Date-Variable, weil da könnte ja noch mehr drin sein, ja. Also wollen wir quasi dieses Date hier. Und dann wollen wir das Ganze als toLocalTimescreen haben. Das Ding ist eine Funktion. Und jetzt passt das Ganze. So, jetzt, was tut das? Nun, es ist eine Uhrzeit, die sich regelmäßig aktualisiert, und zwar jede Sekunde. Und wir sind damit fast fertig. Eine Sache will ich hier noch machen, und zwar, wenn ihr Ticker oder Intervalle nicht aufräumt, nachdem die Komponente nicht mehr existiert, dann laufen die im Hintergrund weiter und brauchen Rechenleistung. Deswegen immer eure Intervalle aufräumen. Okay. Also, Component will unmount, also wenn es quasi weg ist, wenn das nicht mehr angezeigt wird, dann entferne diesen dämlichen Timer. Und zwar sagen wir das einfach mit Clear Interval. Und, ja, wir sagen das natürlich dann über this.ticker. So, this.ticker wird dann einfach quasi gelöscht. So, und das war's. Das ist unsere Uhr. Ist natürlich jetzt keine schöne, äh, ist nur eine schöne Digitalo, keine schöne analoge Uhr, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz nice. Und, ja, hat mich sehr gefreut. Ähm, wie gesagt, übertragt das einfach mal im Transfer, was man hier machen könnte, wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, 1466 Unternehmen, das hat 7 IT-Jobs und so weiter und so fort. Das wird alles über so einen Intervall quasi aktualisiert. Das Intervall kann natürlich dementsprechend viel, viel seltener sein oder man braucht's gar nicht, aber das kann man dann jedes Mal entscheiden, ob sich eben eine Komponente dann aktualisieren soll. Wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.